Dein Kind hat ein Android-Smartphone und du möchtest gerne aktiv Einfluss nehmen auf die Bildschirmzeit und die Inhalte aus konsumieren. Google bietet dafür eine eigene Lösung an, die Family Link heisst. Dafür musst du zwei Sachen machen. Erstens, du musst für dein Kind einen Google-Account kreieren und natürlich selber einen an. Als zweites kannst du dann in der App Bildschirmzeit einstellen, Inhalte, Käufe und Apps eingrenzen. Ich zeige dir Schritt für Schritt wieder das Geld. Zuerst ladest du dir die Family Link-App aus dem Play oder App Store herunter. Wenn du die App öffnest, musst du dich mit deinem Google-Konto einloggen. Damit die Family Link funktioniert, braucht auch dein Kind einen Google-Account. Klick darum auf Ja, falls dein Kind schon einen Account hat, oder auf Nein, falls dein Kind noch kennen hat. Klick auf Weiter, um dein Kindsaccount zu erstellen. Als erstes gibst du den Vor- und Nachnamen von deinem Kind ein, dann das Geburtsdatum und das Geschlecht. Jetzt kannst du zuunterst eine neue Gmail-Adresse erstellen. Da schon viele Gmail-Adressen vergeben sind, musst du vielleicht ein paar Optionen ausprobieren, bis du eine findest, die noch frei ist. Hast du das geschafft, kannst du ein sicheres Passwort für dein Kind erstellen. Mach ein sicheres Passwort, das ihr euch beide merken könnt. Hinterlege es am besten in einem Passwort-Manager, damit es nicht verloren geht. Mehr zum Thema sichere Passwörter findest du unter dem Link in der Beschreibung. Jetzt liest die ältere Informationen von Google genau durch und bestätigen, wenn du damit einverstanden bist. Klick auf Weiter, um mit der Kontoeröffnung weiterzumachen. Falls du noch kein Zahlungsmittel hinterlegt hast, musst du das machen, um zu beweisen, dass du die erzugsberechtigte Person bist. So, der erste Schritt ist gemacht. Das Konto von deinem Kind ist parat. Nimm jetzt das Gerät von deinem Kind zur Hand, um es mit Family Link zu verbinden. Klick in den Einstellungen auf digitales Wohlbefinden und Kindersicherung. Jetzt musst du dich auf deinem Elternaccount einloggen. Im letzten Schritt können dir jetzt die ersten Einstellungen für das Gerät des Kindes machen. In Listeform siehst du jetzt alle Apps, die auf dem Smartphone von deinem Kind installiert sind. Du alle abwählen, die gelöscht werden sollen und klick auf Weiter, um den Prozess abzuschliessen. Jetzt kannst du allgemeine Tageslimiten und Ruhezeiten festlegen. Falls dein Tageslimit erreicht wird, hast du die Möglichkeit, Bonuszeiten für dein Kind festzulegen. Unter Inhaltsbeschränkungen kannst du für verschiedene Google Apps festlegen, was alles sichtbar ist. Besonders wichtig ist hier YouTube und Chrome, wo du festlegen kannst, dass dein Kind nur autosberechtigte Videos und Suchresultate sehen kann. Wenn du dir diese Abmachung getroffen hast, kannst du unter Kontoeinstellungen auf Standorteinstellungen klicken, um den Standort des Geräts deines Kindes mit dir zu teilen. Um eine Übersicht über die Gerätennutzung deines Kindes zu bekommen, kannst du in der App auf den Reiter Topaktivitäten klicken. So, jetzt ist das Android-Gerät von deinem Kind parat. Ich empfehle dir, die Einstellungen zusammen mit deinem Kind anzuschauen, sodass es genau weiss, warum was eingeschränkt wird und wie es sicher mit dem Gerät umgehen kann. Aber denk dran, es ist wichtig, dass du dein Kind gerade am Anfang beim ersten Handy eng begleitest. Tipps dazu findest du auf unserem digitalen Ratgeber das erste Handy für mein Kind auf Swisscom Kakos. Ich bin Marcel und wünsche dir und deinem Kind viel Spass mit dem Gerät. Ich bin Marcel und wünsche dir und dein Kind auf Swisscomak.